Hallo, ich bin Kassiererin bei Aldi und ich glaube, Sie haben Ihre Perücke verloren und die können Sie hier abholen, wenn Sie sie noch brauchen. Was habe ich, mal Perücke verloren? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch gar keine Perücke. Oh, den Entschuldigung, den haben wir wohl falsch gewählt. Oh, das ist doch gar nicht.